Da stehen gute Taten drauf und das soll man versuchen, die an dem Tag zu erfüllen. Zum Beispiel, versuche dich besonders vorbildlich zu verhalten. Man schreit nicht raus, sondern man zeigt auf. Man ärgert andere nicht. Lieb sein. Mein Freundin, Belinda, hat gesagt, ich kann sehr gut den Spagat. Mit meinen Schildkröten spüttern und mit Tieren gut umgehen. Wenn ich mit meiner Schwester spiele. Wir haben ein Holzpferd und mit dem spielen wir jetzt immer. Wenn ich mit meinen Eltern auf der Couch kuscheln darf. Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Familie Rad fahre. Dass wir da zusammen sind.